Leute, einen Tag mit Nico, mit Inscope. Ich bin echt aufgeregt, weil wir haben so viel vor, wir haben echt so einen coolen Plan für heute. Und Nico hat echt versprochen, heute pünktlich zu sein. Ist ja sonst nicht so sein Ding, aber heute will er pünktlich sein. Was fällst du zum Thema Business ein? Ja, bist groß geworden. Was machst du denn? Ja, ist ja noch früh. Ist ja erst kurz nach zwölf. Mein Tag mit Nico. Hey, was geht ab? Ich habe einfach unterwegs, mein Helm verloren. Du hast dein Helm verloren? Wie geht's euch? Du bist so schnell gefahren, dass du... Ja, der hat es einfach verrissen. Wahnsinn. Und die wiedergefunden? Die Atmosphäre verglüht. Der ist die Brücke runtergeflogen. Ey, Kai, freut mich, dich mal zu sehen. Danke gleich. Wir haben uns aber schon mal gesehen. Ja, ich weiß, aber es ist ein bisschen her. Ich habe ja so vier Jahre Video-Days. Ja, stimmt Video-Days. Wie lange bist du jetzt gefahren? So eine gute halbe Stunde. Okay. Hey, morgen kommt mein E-Bike. Ich freue mich so sehr. Ja, das macht mit Stuttgart echt Sinn, oder? Ja, das macht so einen krassen Unterschied dann. Ja, hier sind halt hier nur Berge, ne? Ja, aber ich habe gehört, du bist auch ein bisschen fitnesstechnisch die letzten Tage unterwegs gewesen. Ja, 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 ja. Also gestern habe ich Upper-Buddy gemacht, also Beine wären heute gut. Oh. Aber Beine wären für dich per se auch mal gut, glaube ich, was ich so sehe. No Front an der Stelle. Aber ja, Beine wären echt gut. YouTuber-Morgen ist jetzt. Wie war der Alltag von den anderen? Der fing auch immer ein bisschen später an. Ja, das ist cool, weil tatsächlich, als ich vor vier Jahren auf dem Video-Days war, das war so der erste direkte Kontakt so mit der ganzen YouTube-Szene. Und da hast du dir gedacht, du steigst ein? Ja, damals habe ich schon gedacht, ich steige ein. Und was reizt dich daran? Naja, das ist einfach, das Coole an YouTube ist, du kannst ja machen, was du willst. Du weißt, du musst ja mit niemandem eine Geschmacksdiskussion führen. Jeder macht, was er will und du musst dann am Ende schauen, ob die Leute Bock drauf haben, ob sie es gut haben. Ja, das ist echt. Und das finde ich total spannend, kreativ. Ich gebe dir mal ein Water. Sehr lustig. Ja, also hier ist der Besprecher, hier halten wir uns am liebsten auf. Ist ein bisschen großes Office. Ja, hier ist die Terrasse, hier dreht Tim zum Teil seine Podcasts. Guck mal, der steht bei mir so aus auch. Der Supreme-Stuhl. Ja klar, stabil, gehört dazu. Ja, schöner Ausblick. Ist auf jeden Fall ziemlich schön, ich kann dir auch mal die anderen Büros zeigen. Ich erzähle dir jetzt erstmal den ganzen sinnvollen Stuff, okay? Und danach kommt nur noch Scheiße, weil das ist bei mir Standard. Ja, machen wir jetzt erstmal den seriösen Part. Ja genau, ich mache jetzt den seriösen Part. Jetzt. Es geht los mit Nico, der Geschäftsmann. Ja. Der Geschäftsmann. Ja, ja. Ja, ja. Okay, jetzt komm. Hier halte ich immer meine Business-Seminare. Ja, müsst ihr reinkommen. Der sogenannte Think Tank, okay? Das heißt also, hier haben wir die Wände mit einer speziellen Beschichtung versehen. Hier kann man also mit diesen Textmarkern einfach an die Wand schreiben. Wenn irgendwelche Ideen da sind, dann schreibst du Business an die Wand, okay? Aber wer kommt denn, wenn du hier Seminare hältst? Wer sitzt dann hier? Ich halte keine Seminare. Hier ist es nur so für Mitarbeiter, wenn wir zum Beispiel neue Klamottenkollektionen planen oder so und Leute wollen brainstormen, dann machen die das lieber an der Wand und schreiben ihre Ideen dann dahin als aufs Blatt Papier und dann wird hier halt hin und wieder zum Kreativ-Meetings gehalten. Was ist die beste Idee, die dir jemals hier in diesem Raum kam? Fällt dir eine ein? Ich denke, die verschiedenen Ideen für die Ola-Kala-Kollektion, die wir hier immer besprechen. Dann hier ist ein Büro. Hier arbeiten unsere Damen aus dem Büro. Also nicht, dass wir das trennen würden, aber hier arbeiten die Ablagedamen. Moment, jetzt muss es ein bisschen positiv sein. Hier werden die Ablage im Sinne von Befaltungen. Ich habe es schon verstanden. Okay, gut. Also hier wird die Buchhaltung und so was gemacht, der ganze Bücher-Stuff. Das Backoffice. Genau. Das Backoffice. Der wirklich wichtige Teil. Der Teil, wo sich entscheidet, ob du in der kritischen Situation überlebst oder nicht. Genau. Und ob du Geld verdienst oder nicht. Ja, richtig. Bei Geld ausgeben, das können wir alle. Das ist korrekt. Aber wie sagt der Schwabe? Haben kommt von behalten. So sagt der Schwabe. Ja, hier ist auf jeden Fall ein sehr aufgeräumtes Büro. Hier sitzen unsere ... Es ist übel dumm, dass die jetzt gerade alle nicht da sind. Wo sind die alle? Ja, hier sind alle in der Expose. Wie nennt sich die nochmal? Carolina Reaper. Wow. Ist das diese ganz, diese mega ... Also die hat zwei Millionen Skull. Wow. Wenn du die isst, dann bist du auf jeden Fall ... Und warum stehen die da? Ja, weil die hat ein Kollege hier vergessen. Für eine Challenge oder was? Ne, der isst die privat. Wirklich? Der isst das? Ja, der isst das mit seinem Salat. Ja, dann was ganz wichtig ist, hier Bälle, weil Tim hat in Studien gelesen, dass es sehr gut ist, wenn man sich auf Bälle setzt und dann so macht, um die Kreativität anzuregen. Es ist wirklich so. Also ich habe schon mal gehört, dass es gut für den Rücken ist, aber dass es gut für die Kreativität ist, habe ich noch nicht gehört. Das Ding ist, wenn du die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzt, okay, und du kannst nichts machen, dann merkst du ja immer, wie du so ein bisschen Lash wippst. Aber wenn du so wippst, dann gibt es deinem Gehirn ganz andere Reize, aber du kannst viel kreativer denken. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, wenn mehrere Leute in einem Meeting sitzen und jeder wippt auf so einen Ball, dass ... Dann wird es auf jeden Fall sehr spannend, ja, das stimmt. Ja. Hier sitzt Vincent. Das ist gerade mega langweilig, wenn die nicht da sind. Komm, wir machen das dann. Komm, wir kommen später nochmal wieder. Wir machen jetzt einfach einen Dings, einen Cut und danach sind die alle da und dann erzählen die, dass sie hier nur bezahlt werden, um rumzusitzen für Videoblicks. Ja, genau so machen wir es. Ey, das ist wie Sommer gerade, gell? Äh, wie Urlaub. Wahrscheinlich wie Sommer. Das ist wie ... Das ist wie Sommer. Ja, 32 Grad. Ey, das ist echt extrem warm. Aber das ist auch geil. Du sagst, wie Sommer, ich gucke auf die Uhr und sage, yo, 32 Grad. Bist du mal irgendwo anders gewesen? Also bist du mal aus Stuttgart längere Zeit raus gewesen? Du meinst so über Monate? Ja. Oder länger? Nee. Nie woanders gewohnt oder so? Bei mir ist die einzige Möglichkeit mal eine Woche wegzugehen oder mal zehn Tage. Das ist das höchste der Gefühle. Weil? Ja, keine Ahnung. Ich bin so ... Ich muss die ganze Zeit hier sein und so gefühlt mein YouTube Zeug machen. Aber was würde passieren? Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, was würde passieren? Keine Ahnung. Ich hab's noch nie ausprobiert. Wenn du jetzt zwei Wochen Urlaub machst und einfach den Jungs und Mädels sagst da draußen, die dir folgen, Leute, ich bin jetzt mal zwei Wochen im Urlaub. Nächsten zwei Wochen keine Streams, keine Videos oder Videos kannst ja vielleicht sogar noch vorproduzieren. Ja. Und dann bin ich wieder da und dann geht's wieder weiter. Es wird ja nichts passieren wahrscheinlich. Ja. Aber ich hab da so eine ganz komische eigene Einstellung, weil ich noch nie so eine richtige Pause gemacht hab davon. Du hast Angst, dass es dir zu gut gefällt, ne? Die Pause. Ich glaub nicht, weil ich hab ja Angst davor, dass es danach bergab geht. Ah. Ich bin da sehr ... Ich hab da sehr komische Denke. Aber alle, ne? Alle, die streamen, ne? Es gibt ja auch viele, die dann auch jeden Tag streamen und total oft streamen, weil sie immer denken, wenn sie einen Tag mal nicht streamen, geraten sie in Vergessenheit. Ist so. Guck mal, das Ding ist, wenn du an einem gewissen Punkt bist, wo du so eine gewisse Reichweite hast, dann ist immer so die ... vor allem, wenn du, sag ich mal, finanziell davon abhängig bist, ist immer so die Furcht davor, diese Reichweite zu verlieren, sehr, sehr hoch. Weil du dir so denkst, du bist gerade an einem Punkt, der ist schön, den willst du halten oder sogar noch mehr draus machen. Und wenn du dann eine Pause einlegst, dann bewirkst du genau das Gegenteil. Weil das Internet ist halt sehr schnelllebig und ... Zwei Wochen. Natürlich zwei Wochen. Das ist jetzt nicht so, als wirst du danach in Vergessenheit geraten. Da haben die Leute noch mehr Bock da drauf. Wie war es zu deiner höchsten Fernsehzeit, was Stress angeht? Das ist jetzt meine höchste Fernsehzeit. Also das Coole ist, das ist ganz einfach zu erklären. Guck mal, ich mache fast 200 Sendungen im Jahr und viel mehr geht ja nicht. Das Coole ist aber wirklich, dass ich nur Sachen mache, die mir Spaß machen. Also keine Sachen mache, die ich machen muss. Die Sachen, die ich mache, auch mitgestalten kann. Und am Ende deswegen jedes Mal, wenn ich ins Studio gehe, mit großer Lust ins Studio gehe, weil ich einfach sage, ich habe totalen Bock darauf, das jetzt zu machen. Das ist aber nice. Wollen wir uns kurz eigentlich setzen? Du hast ja gerade eine halbe Stunde auf dem Fahrrad gesessen oder nicht? Also ich muss nicht sitzen. Ich muss schon ganz kurz, so zehn Minuten. Weißt du, was witzig ist? Normalerweise bin ich nie so früh hier, dass ich in der Sonne sitzen kann. Du musst den Moment genießen. Ich merke schon, man wird älter, ne? 25 bin ich jetzt. 26 wirst du noch. 26 werde ich dieses Jahr noch. Und man merkt schon, man wird älter, ja? Aber ich sage dir ganz ehrlich, Kai, du musst jetzt anfangen mit Fitness. Und jetzt richtig durchballern. Also ich muss jetzt anfangen mit Fitness. Ja, aber du musst anfangen mit richtigem Muskelaufbau. Ich habe schon diverse Versuche unternommen. Ich glaube, ich neige per se überhaupt nicht zum Muskelaufbau. Das ist ja immer noch eine Typsache. Das liegt daran, weil du zu wenig Testo hast. Vielleicht. Das heißt, du musst erst mal ein bisschen Stoff ballern. Mein Ziel ist jetzt nicht, so ein Schrank zu werden. Das wird auch nicht funktionieren. Das meinst du, das wird eh nicht passieren? Also natürlich, es geht schon, aber... Also Leute, die eher größer sind, haben auch meistens natürlich dementsprechend längere Gliedmaße. Und demnach ist es dann auch so... Aber du musst ja herkommen mit der Größe. Ganz genau so sieht das. Das Ding ist halt... Das ist der Tag der Erkenntnis. Ey, also wenn du das alles so hochlädst, dann bist du auch echt krass. Ich bin halt mehr ein Marathon-Typ. Ja, ich nicht. Ich würde am liebsten so extrem breit sein wie möglich. Guck mal, du drückst mich wahrscheinlich... Also da gehört überhaupt nicht viel dazu. Du haust mich im Bankdrücken. Würde ich nicht mal sagen. Na klar. Würde ich nicht mal sagen. Ach. Also die 100 Kilo wirst du easy packen. Nein, ich drück doch keine 100 Kilo. Bist du irre. Natürlich. Natürlich, du bist 1,90. Ich drück keine 100 Kilo. Also wenn du keine 100 Kilo drückst, dann bist du echt ein Lappen. Ja, bin ich. Ich drück keine 100 Kilo. Ich bin ein Lappen. Ich drück doch keine 100 Kilo. Ich drück 100 Kilo. Wie viel drückst du? Keine Ahnung, vielleicht so 90. Aber ich wollte nochmal ganz kurz sagen, weil du sagst, dass du nie feiern gehst. Ja. Wenn du mal feiern gehst, dann gehst du in den Club und so auch mal? Ja, safe. Aber du gehst nicht feiern, weil die Leute dich nicht in Ruhe lassen? Nein, nein, nein. Also ich vertrage halt Alkohol nicht so gut. Nicht im Sinne von, dass ich jetzt ein Bier trinke und dann übel dicht bin. Sondern diese Karte am nächsten Tag ist für mich einfach so der Untergang. Aber weißt du, was ich dir sagen muss? Dann hast du eine bestimmte Lebenserkenntnis schon sehr, sehr früh gemacht. Okay. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ja. Es gibt, also dieser Tag danach. Ja. Wenn du einen richtigen Kater hast. Ja. Das ist ja der größte ***, den es gibt. Das ist Katastrophe. Ja, da hast du ja wirklich einfach einen Tag aus deinem Leben, kannst du ihn rausstreichen. Ja, ist so, ist so. Genau das ist das. Und man kann ja auch ganz geil feiern, ohne komplett dicht zu sein. Ja. Aber so keine Feier kann so geil sein, dass sie es wert ist, dass du dann nach dem Tag aus deinem Leben löschen musst. Auf gar keinen Fall. Ja, seid ihr hungrig? Ich rufe mal ganz kurz Tim an, was bei dem geht. Ja. Sascha kommt nachher auch noch, ne? Genau, der wollte irgendwann dazukommen. Der hat mir auch geschrieben. Also ich mache meinen Vlogs so, wenn ich dann auch mal wieder einen mache. Ich probiere die immer so auf vier, maximal fünf Minuten zu bringen, weil ich so ein Best auf von dem, was ich erlebt habe, zusammenschneiden will. Weißt du, ich meine? Und dann hast du halt die ganze Zeit voll die spannenden Momente, die du hochlädst. Und ja, ich denke, so ist der Unterhaltungsfaktor halt am größten. Dich habe ich immer mehr so noch so ein bisschen aus der Comedy-Schiene wahrgenommen und fand das immer sehr lustig, wenn du über andere, du hast ja viel über andere geredet. Ich habe die einfach verarscht. Ja, genau. Aber ich habe es immer probiert, auf eine freundliche, sarkastische Art und Weise zu machen. Manchmal ist es nicht so rübergekommen, glaube ich. Naja. Was wollen wir da machen? Können wir kurz Fotos machen oder seid ihr beschäftigt? Ja, nee, wir können gerne ein Foto machen, ja. Tim Gabel? Tim bereitet gerade unseren Fitnessplan vor. Ich habe immer gedacht, wenn ich jemals Tim Gabel treffe, wir werden uns direkt verstehen, weil mein Name ist Tim. Ja, dann werdet ihr euch selbst verstehen. Ja, 100 Prozent. Ich schlau aber auch genauso viel. Stabile Hose, gab es halt nur in XXL. Ja, Typ rockt auf jeden Fall die Lois-Wolten-Hose. Ja, hier Feinkost-Böhm, ein Laden, in dem ich nie essen gehe, weil es mir zu toll ist. Aber ich zahle heute. Nee, nee, ich zahle. Na, guck mal. Du musst dir überlegen, ist es deine Hutte oder was? Ja, es ist meine Hutte und dann zahle ich auch. Mir wird ja öfter mal nachgesagt, dass ich anscheinend nicht bezahlen würde. Ist das so? Du meinst überhaupt, dass du überhaupt deinen Scheiß nicht bezahlst oder dass du einen Igel in der Tasche hast? Ja, das ist eine andere Sache. Ich zahle natürlich meine Rechnungen nicht. Das ist natürlich keine Frage. Aber wenn es ums Essen einladen geht, bin ich immer dabei. Okay. Wenn ich Geld habe und ich kann meine Familie was Gutes tun finanziell oder ich kann meine Freunde einladen. Das ist für mich wirklich das Niceste. Stabiler Typ, oder? Ja. Nein. Ich meine, weißt du, das ist ja auch das Coole. Ich glaube, es gibt nicht so viele. Du redest ja wahrscheinlich mit vielen Leuten auch viel Scheiße, oder? Definitiv, ja. Ja, guck mal, mit mir kann man auch mal zwischendurch was Ordentliches reden. Ja, das ist wirklich sehr verwunderlich, dass ich im Übrigen so lange ernst mit dir reden kann. Aber man kann mit mir auch Scheiß machen. Also auch Scheiß reden. Das geht schon auch. Das werden wir noch sehen nachher. Ja. Krass. Also ich muss echt sagen, hätte ich nicht gedacht, dass hier die 35 Plus Damen hinterher gucken. Ich muss, glaube ich, auch im Fernsehen machen. Die sind ja alle mit Nur die Liebe zählt groß geworden. Ich habe eine neue Idee für ein YouTube-Format. Das heißt, Nur die Liebe zählt. Ich glaube, ich werde das jetzt starten. Okay. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, wir sind schon in Reutlingen, aber es ist immer noch Stuttgart. Wir sind tatsächlich immer noch in Stuttgart. Ja, das ist so ein Weg, den laufe ich gerne fast jeden Tag. Aber es ist schön. Hey, es ist mega entspannt. Hier, Walk on Bowls. Hey, du hast bald den asozialsten Oberarm, wenn du die ganze Zeit so filmst. Hat er da jetzt schon. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute für dich. Kann man mitmachen? Ja klar, Mann. Alles klar. Ja, bei dir. Mach erst mal ein nices Bild, Sekunde. Er macht erst mal Selfie. Warum weißt du das? Achtung, Jungs. Stabil. Here we go. Ich nehme einmal eine Waikiki-Bowl und ohne Salat. Wollen wir einmal Springwolds zum Teilen? Ja, einmal Springwolds zum Teilen. Also das Wichtige ist beim Thema Ernährung, wir wollen natürlich immer den Katabolismus fördern. In dem Sinne gehen wir hier hin und holen uns ein paar extrem nice Speisen, die uns dabei helfen, den optimalen Muskelaufbau zu fördern, oder? Vor allem bei Kai, ich sehe schon. Kai, du kommst langsam schon ins Defizit, oder? Jetzt komm ins Einweichdefizit. Der Junge braucht die Ernährung, damit er seinen Muskel auch vorhalten kann. Hey, Servus, wie geht's euch? Alles klar bei euch? So, ready. Lass uns da hinsetzen, oder? Vielen Dank für die Einladung. Ey, hast du gezahlt? Jetzt hör doch auf. Das macht er immer so. Ey, ey. Hätte ich jetzt hier dargestellt. Oh! Das macht er immer so. Genau so läuft's. Da ist er wieder. Ne, du hast dich gezahlt, ne? Den hab ich gezahlt. Die Frau muss ja weitermachen. Ey, Mann. Du kannst nachher zahlen. Wir gehen nachher noch einen richtig teuren Laden. Ja, okay. Die Frühlingswollen sind zum Teilen. Aber sowas isst du nicht, ne? Was frittiertes. Ja, ungern. Aber das sieht sehr gut aus. Sehr neister Tipp. Komm, wir gehen jetzt Tim treffen. Der geht gerade zu Mont Blanc. Wird sich einen neuen Füller kaufen. Es gibt einen Spruch, der ist ganz wichtig. Den musst du dir merken. Den kennst du doch. Moin Meister. Moin Meister. Moin Leute. Das sag ich immer auf dem Fahrrad. Guck, wenn jetzt zum Beispiel, da ist einer, okay, wo ich denke, dass er mich kennen könnte. Dann fahr ich mit dem Fahrrad immer so. Ich geb extra Gas. Und genau in dem Moment, wo ich so an ihm nah vorbeifahre, sag ich dann immer so, Moin Meister. Und dann fahr ich ganz schnell weiter. Und ist dir völlig egal, ob der sich dann so sehr erschreckt, dass er hinfällt? Ne, also so laut mach ich es dann nicht. Dass er sich erschreckt und hinfällt, mach ich nicht, ne? Aber machst du das auch bei Frauen oder Männern? Ne, bei Frauen kommt das nicht so gut an, weil die sind ja keine Meister. Das sind die Meisterinnen. Oh, guck mal hier. Insta-Shot. Sollen wir uns einfach dazu stellen, ein paar Fotos mit ihr mitmachen noch? Kennst du Influencers in the Wild? Kennst du die Insta-Shot? Das ist die, oder? Ne, aber das kennst du nicht. So was kennst du nicht. Influencers in the Wild. Das ist das Beste überhaupt auf Insta. Also, wir haben die Aktionen doch abgebrochen, weil, sagen wir es mal so, der Boyfriend von der sah so aus, als wären wir dem jetzt nicht gerade gut Kirschen essen. Pflaumen. Nicht gut Pflaumen essen. Und deswegen haben wir uns gedacht, du, bevor jetzt hier die erste Faust fliegt, sind wir mal lieber ganz schnell lieber nicht durch die Entenscheiße gelaufen. Also. Weil, äh, Jungs. Äh, also, äh, Jungs. Aber man kann ja mal Stress haben, man muss ja nur schnelle Beine haben. Ja, richtig. Oder ein gutes Fahrrad. Oder ein gutes Fahrrad. Hast du einen Führerschein? Ja, logisch. Für Fahrrad? Ne, für Auto. Auch. Lass uns hier links, Jungs. Lass uns durch ein wundervolles Tal der Faszination laufen. Er hatte echt nur eine Ball, ne? Ich war dabei. Hast du Haustiere? Haustiere hab ich auch. Was hast du? Hund, Katze, fünf Schildkröten. Schildkröten sind krass. Ja? Die langweiligsten Haustiere sind Mäuse, Hamster und Kaninchen. Aber wer hat denn eine Maus als Haustier? Ah, ganz viele. Ganzhaft. Habt ihr Haustiere? Habt ihr eine Maus gehabt, Mann, in eurem Leben? Also, ich hatte zwei Mäuse. Und? Was passiert? Dann haben die Kinder bekommen, dann hatte ich 60 Mäuse. Ja, das ist der andere Nachteil, was man auch öffnet hat. Dann müssen wir schnell, dann müssen wir schnell weiter, weil er wird gesucht momentan. Ah, tschuldig, tschuldig. Hey Mädels, macht's gut. Tschau, tschau. Tschüss, macht's gut. Dürfen wir jetzt einfach mit der Kamera reingehen? Danke. Dankeschön. Ein Einstieg. Ja, also, da sind wir aus dem Bonbon Store rausgekommen. Ich darf kurz noch darauf hinweisen, Tim Gabel hat sich gerade in den Füller für die *** gezogen. Also, an der Stelle. Ja, nice. Tim, ich habe aber eine Frage. Pass auf. Wichtige Frage. Du kannst die Maske wieder abnehmen. Ich halte sie dir gerne. Ne, setze sie wieder auf. Ja, stimmt. Es war angenehmer mit, ne? Sorry. Achso, stinkt ihr wieder aus dem Mund? Nee, ich bin hässlich. Ähm, wenn man viel Eiweiß isst, ne? Was gibt das? Also, es geht gerade um das, was du gerade gekauft hast. Wenn man viel Eiweiß isst, das gibt ordentlich. Wie wünschst du das? Vielleicht, weiß ich nicht, bei jedem individuell. Nee, das gibt viel Tinte auf dem Füller. Ah. Kennst du den Spruch? Hast du schon mal gehört? Den Ausdruck habe ich jetzt mal wieder gehört. Mir ist das voll unangebend. Ich laufe hierher und dann sind dann auf einmal Kameras. Ich hasse ja Kameras eigentlich. Das ist gar nicht mein... Aber du bist nicht so... Ich hätte dich noch viel breiter. Hey Kai, also komm. In diesem Sinne. Der Kai will sich jetzt noch eine neue Rolex ziehen. Deswegen würde ich sagen, ab in Wempe. Also guck mal, bei Kai wirst du ab sofort immer als der Typ eingespeichert sein, der sich für die *** in eurem Füller kauft. Mir wäre das auch zu abgespaced. Weißt du, ich bin der Bodenständiger. Hey, Alter. Das ist mit dem Scheiß. Du fickt mich so hart. Ich wusste es nicht. Ich hätte es einfach nur kaufen sollen. Ich hätte damit rechnen müssen, dass die überall Kameras sind, dass sie mich hauptstämt. Lustigerweise... Die Leute, denen ich gesagt habe, ey, ich fahre dann zu Nico nach Stuttgart. Weißt du, was die meistens gesagt haben? Hey. Drück dir die Daumen. Hoffentlich erwischt du einen guten Tag. Wer hat das gesagt? Das sag ich nicht. Ich bin da keine Snitch. Ich habe sehr gerne gute Laune. Aber? Aber wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich auch keinen Bock, das zu unterdrücken. Weißt du, was ich meine? Was macht dich denn schlecht gelaunt? Das ist unser Kameramann. Was mich schlecht gelaunt macht? Mhm. Wenn jemand gezielt was macht, was dem anderen schlecht tut, dann werde ich so. Im Bayerischen sagt man Hinterpferzig. Ganz genau. Was mich ein bisschen erschreckt ist, dass du beim Pinkel so nahe an der Wand stehst. Ach Kinder. Warum nehmen wir nicht das Auto? Wir wollen zum Go-Kart. Ja, aber wir fahren am Fahrrad. Ich habe keinen Führerschein. Du darfst dein Fahrrad fahren, ja. Ja, also wenn du schon hier bist, dann musst du halt auch das Führerscheinlosen-Game leben. Okay, bist du bereit? Ja, berghoch oder bergrunter? Alter, warte, warte, warte. Was jetzt? Ja, äh... Nicht jetzt! Ja komm, lass berghoch fahren. Können wir gar nicht machen. Ey, das können wir sehr wohl machen. Du hast ordentlich Schmack jetzt in den Beinen, oder? Ich habe sowas von, sag ich dir. Okay, dann let's go. Oh mein Gott. Lenken! Was machst du denn? Du bist... Jetzt, 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 jetzt! Oh mein Gott! Der verdammte Sattelrutsch! Sehr gut! Hey, wo war ich denn? Das kommt so krass. Das kommt so mega krass. Also ich sag dir ganz ehrlich, die Blicke von den Leuten sind auf jeden Fall anders wild. Wisst ihr, ich fahre ganz normal, ne? Und ich lenke das Ding ganz normal. Ich lenke auch. Er probiert von hinten zu lenken, er verrüttelt meinen Sattel. Der Typ will mich farsch, ne? Der Typ will mich farsch. So. Ihr könntet die Nächsten sein, die mit Nico Tandem fahren. Hey, super nice. Ich sag's euch. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Typ abholen würde auf ein Date und würde mit einem Tandem vorbeikommen. Ey, sagt ehrlich, das ist euch noch nie passiert. Was würdest du denn sagen? Oder? Hat euch schon mal einen Typ mit einem Tandem zum Date abholen? Wäre das cool? Ja. Ja, guck hier. Ja, siehst du mal. Ja, ja, ja. Das ist nämlich kein normales Tandem. Sondern ein E-Tandem. Nein, das ist doch kein E-Tandem. Das ist voll oldschool. Das ist voll analog. Das ist das Nur-die-Liebe-Zähl-Tandem. Ah, ihr dreht gerade, oder was? Mit ihm. Er ist der Single der Woche. Und wir drehen jetzt mit ihm und... Ja, boah. Ich zähle echt auf Scheiße, oder Single der Woche. Ich weiß eigentlich nicht, was er damit meint. Boah, die lacht mich aus. Die lacht mich aus. Guck, aber ich seh, das läuft mit dem Tandem. Der mit dem blauen Haken. 1,9 Millionen Follower. Das kommt nur Scheiße, Mädels. Deswegen ist er ja so schwer zu vermitteln. Weil sie viele wollen, oder was? Naja, nee, du hast ihn ja nie für dich alleine. Das ist ja ein Problem. Du bist ein richtiger Influencer. Nee, es ist nur eine Plattform, damit Leute mich haten können. Ey, Mädels, geil, dass ihr dabei wart. Ich küss eure Herzen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei Single der Woche, okay? Okay, nice. Ey, Mädels, macht's gut. Ciao, ciao. Aber jetzt hast du endlich dein Format, was du gesucht hast. Ey, Kai, ohne Witz, Mann. Ich muss echt sagen, Kai ist stark im Ansprechen. Hast du das auch früher mit den Mädels so gemacht, wenn du auf Feiern warst? Bevor ich verheiratet habe. Ja? Ja. Also wie bist du hingegangen? Was war dein Standardanspruch? Ganz unterschiedlich. Ich glaube, wichtig ist immer die Situation zu erkennen. Ja, situativ. Ja, das ist gut. Was hältst du zum Beispiel davon, Sascha? Wenn Nico jetzt demnächst aus so einem, wie wir früher immer nur die Liebe zählt hatten, so einem Airstream-Caravan streamt und aus diesem Caravan heraus einen Dating-Stream macht. Nice. Jetzt lass uns erst mal das nur die Liebe zählt-Tandem wieder in den Keller bringen. Ehrenbike, Digga. Das war echt ein Ehrenbike. Sollen wir dir helfen? Ja. Obwohl... Weißt du hier, solche Arme, ne? Aber kann nicht mal ein Tandem allein in den Keller bringen. Was soll das heißen? Die gehen jetzt Kart fahren. Ich bin total aufgeregt. Ich hoffe, es passiert nichts. Aber ich glaube, die sind wild, die Jungs. Meine Taktik ist einfach vorne wegfahren. Wenn du schneller bist als alle anderen, kann dir keiner hinten reinfahren. Das ist meine Taktik. Mir passt halt wirklich der S. Die blauen Lichter bedeuten einfach, dass der Hintermann schneller ist und dass sie ihn überholen lassen sollt. Auf keinen Fall. Das wirst du ständig sehen. Ja. Wir befinden uns nun auf der Kartbahn. Und wir werden nun ein verdammtes Rennfahrer. Also, ich habe hier zu meiner Linken Sascha zum Hellinger. Bitte begrüßen Sie ihn gern. Ja. Sascha ist ein extrem beschissener Kartfahrer. Ihr werdet es gleich an seiner Zeit sehen. Hier Kai, ein noch schlechterer Kartfahrer. Das werdet ihr gleich an seiner Zeit sehen. Ich werde hier die Jungs kurzerhand auseinanderrasieren. Nico? Ja. Nicht Nico Rosberg. Und ich weiß, wer gleich weinen wird. Nico Rosberg ist ein guter Kollege von mir. Der hat mir das beigebracht. Der hat mir das beigebracht. Ja, der hat mir das beigebracht. Deswegen werde ich hier gleich den Erstplatzierten ablegen. Und ihr werdet es gleich auf der Timeline sehen. Nico ist der Letzte, den ich abgezogen habe. Ach, den Nico Rosberg oder was? Mach die Locken nicht kaputt. Ja, das ist gerade das Problem. Was willst du mir damit sagen? Du siehst wie ein Playmobil-Männchen mit dem großen Helm. Du kannst ruhig den Sitz noch ein Stück nach vorne machen. Geht das wirklich? Ja. Kann man verstellen oder nicht? Nee, nee. Geht bei denen nicht? Tut mir leid, geht bei denen nicht. Hab ich auch mitbekommen. Bei denen kann man die Sitze nicht verstellen. Nee, daran merkt man, dass du dich einfach nicht auskennst. Aber kommst du richtig so an Gas und Bremse ran? Nee. Wenn du die schlechtere Zeit fährst? Du kannst doch sagen, wenn du schneller bist. Wenn ich schneller bin? Also du meinst, wenn ich die schlechtere Zeit fahre? Nee, wenn du schneller bist, dann zahle ich. Wer verliert, zahlt. Du weißt was ich meine. Okay, Jungs, seid ihr ready oder wie sieht's aus? Das ist hier das getunete Kart, ne? Meine Bremse geht nicht, aber das macht nichts. Brauche ich eh nicht. Let's go! Alter Schwede! Ich bin so am Arsch! Hey, Digga! Es geht! This is sports, man! This is sports, man! I can't tell! This shit! You know, I just go and take all this shit, man! Ey, Alter, du kannst gar nicht gewonnen haben. Ich hatte dich fast überrundet. Was? Ja? Was hast du gesagt? Ich hätte dich fast überrundet. Du kannst niemals gewonnen haben. Wahrscheinlich hast du mich überrundet, oder? Hä? Wahrscheinlich hast du mich fast überrundet. Ich hab die ganze Zeit hinter mir geguckt. Nicht ein einziger war hinter mir. Andern. Wo sind die Zeiten? Die Zeiten? Wo sind die Zeiten? Ey, das war ein krasses Rennen, oder? Das war doch schon wild, Digga! Nein, das ist doch... Das ist doch... Bist du das? Die Nummer 7? Ne. Ich war die 12, ja. Ja, Freunde. Wie ich es euch prophezeit habe, Platz Nummer 1. Die Nummer 3. Hab hier alle rasiert, Digga. Gar kein Problem. Miese Friese Mario. Warte mal. Hä? Card Nummer 12 hat doch eine bessere Zeit. Ja, ne, Bestzeit. Bestzeit. Ah, sorry. Die Bestzeit? So, aber wir müssen ja beide Runden zusammen zählen. Du hast ja gesagt. Wir müssen ja beide Runden zusammen zählen. Auf jeden Fall. Ja. So. Card Nummer 3, Best... Ne, wir zählen nicht beide Runden zusammen. Doch, doch, doch. Lass mich mal gucken. Wir müssen die Bestzeit jetzt gleich... Wer bist du denn, welches Card? Ich bin Card Nummer 3. Und damit meine Freunde. Ich bin der Einzige mit der 34. 34,826. Card Nummer 3 in der zweiten Runde. Dann Card Nummer 7. Das bist du. Mit 35,898. Dann Card Nummer... Alter Sascha, du bist schon krass, Mann. Ohne Witz. Ne, wir können nicht beide Runden werten. Da bin ich nicht mal Dritter. Ey, wenn wir beide Runden werten, bin ich nicht mal Dritter. Du bist raus. Scheiße, echt? Ich hab dich überall gesucht auf der Strecke. Okay. Okay, offizielle Verkündung. Ja, Sascha ist tatsächlich... Sascha ist Nummer 1. Niko? Nummer 2. Aber mit einer Sekunde Vorschwung ist schon krass, ne? Nummer 2. Wer war Card Nummer 4? Ich. Ah, Platz 3. Card Nummer 7 bist du wieder. Dann bin ich an Platz 4. Und du bist, glaube ich, von allen einmal überholt worden, ne? Also wenig erwarten Mario Kart auf Platz 5. Das heißt, du zahlst, ne? Aber ist egal. Du warst doch langsamer als ich. Ja, ich zahl schon. Das passt schon. Aber ist eh egal. Du zahlst ja eh nicht. Ja, doch. Ich zahl immer. Ja, du sagst immer, du zahlst, dann zahlst du damit nicht. Ich zahl doch. Ich zahl doch. Ey, ich werde dir die ganze Zeit dargestellt, als würde ich nicht zahlen. Es ist einfach so ein Bullshit, ne? Aber du musst noch ein bisschen... Wenn wir so vorhin zu essen gehen wollten, hey Digga, ich zahl, aber... Ne, ne, ich zahl. Das ist kein Problem. Alles klar. Er zahlt. Naja, du warst schon am Tisch. Du hast schon gegessen. Wahrscheinlich war ich am Tisch. Ich wollte kurz mein Essen abschneiden. Ja, ja, ja. Ungefähr genau so war es. Wir können es uns hier in der Zeitlupe noch mal angucken, wie es war. Wir haben es in der Zeitlupe übrigens, wie es war, ne? Mit deinem Zahlen und... Ne, ne, wir haben es nicht in der Zeitlupe. Das ist eine harte Lüge. Gucken wir uns jetzt hier noch mal an. Das ist eine harte Lüge. Können Sie mal herkommen, genau. Ich kann mal herkommen. Das ist meine Oma, die freut sich. Schick es auch an deine Frau, die freut sich auch. Ja, so verschwitzt, wie wir sind. Genau. Wieso bist du verschwitzt? Siehst du verschwitzt, ne? Eine arbeitet, eine macht nichts. Nur die Liebe zählt, ne? So ist es. Kommt übrigens bald wieder nur die Liebe zählt, dann mit Nico. Wir sind gerade dabei, einen Caravan zu besorgen. Ich lerne das Format, aber ohnehin nur die Bitches zählen. Sofort, einfach entfolgen. Einfach entfolgen, ne? Irgendwas hat da nicht funktioniert mit der Zeitnahme. So. Zehn vor elf am Abend. Jetzt fängt für Nico der Arbeitstag an. Für mich ist es gleich Feierabend. Guck mal, aber das ist eben diese Zeitverschiebung, ne? In unser beider Leben. Nico? Ja. Sind wir jetzt schon online? Ja, wir sind schon live. Wir sind live. Ja. Welche Kameras sind deine? Es sind so viele. Warte. So. Hey, du siehst stabil aus in dem Winkel. Flex mal. Hey, also wenn man es jetzt so nebeneinander vergleicht, könnte man so denken, dass ich gar nicht trainiert. Hey, ohne Witz. Kai, krass. Ich würde heute gar nicht streamen. Siehst du, wie viele Leute gucken? Das macht der, ja doch hier, ne? Hier oben, ne? Ne, wir haben schon 100 Zuschauer. Echt? Mhm. Aber da kommen noch ein paar mehr dazu, ne? Hoffentlich nicht. Also ich sag mal, 10.000 wäre schon das, was ich jetzt erwarten würde. Auf gar keinen Fall. Mindestens. Ich bin hier mit Kai und wir machen jetzt noch einen kurzen Stream. Aber ja, für alle, die vorbeischauen wollten, tu das auf keinen Fall. Es ist ein Geben und Nehmen mit dir und deiner Community, ne? Es ist ein Geben und Geben. Ja, der Witz ist alt. Den gab es schon bei Rebi. Welchen? Ob du heute mit deinem Vater streamst. Ach so, ja. Ich bin auf jeden Fall sein Sohn. Man sieht es uns an, oder? Vor allem von der Haarstruktur her. Total. Auch vom Körper. Warum hast du dir keine Dauerwelle gemacht? Ich hatte mal Dauerwelle. Blonde Dauerwelle. Ernsthaft? Ja, mit 18. Zeig mal ein Bild. Es gibt keinen Geben. Alter. Alter, miese Friese Mario. Jungs. Alter. Ich habe Monte als Bildschirmhintergrundbild und Monte als Desktophintergrundbild. Okay. Machst du auch schon mal ein Montenegro? Das ist der Neko. Machst du an Ihren Neko immer Urlaub? Ich glaube, ich gehe jetzt gleich. Oh mein Gott. Miezeit bist du's. Miezeit. 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 Ich muss jetzt gleich los. Nicht mehr in der Zeit. Yo. War ein geiler Tag. Ey, ohne Witz, ich muss sagen. Es war wirklich sehr, sehr nice. Ich habe zur Zeit leider nicht diese krasse Energie, die ich normalerweise habe. Aber jetzt nicht mehr um diesen Fall. Ich habe schon gesagt, nächstes Mal, wenn Kai vorbeikommt, okay, dann rasch ich komplett. Können wir jetzt mal nicht so ein Depri-Outro machen? Ey, es ist motiviertes Auto, das ich jemals gemacht habe. Ja, dann sage ich lieber gar nichts. Ey, ich hatte heute nicht die, was ist denn das für ein Outro? Ja, ich meine, die Leute sollen ja die nächsten Videos auch noch gucken. Dann sagst du einfach nix, du flext nur ein bisschen im Hintergrund. Und ich sage, es war ein geiler Tag. Du warst doch auch so 35-jährige Zuschauerin, oder? Ach, jetzt bist du motiviert, oder? Hey Leute, es war ein geiler Tag mit Nico Hinsko hier in Stuttgart. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Ihr habt offensichtlich eine Menge erfahren Spannendes. Ja, es gibt noch mehr geile Videos, auch demnächst hier bei mir auf dem Kanal. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Ganz kurz, das geht so. Guck, du sagst so. Leute, wenn ihr diesen Kanal jetzt abonniert, dann passiert in der nächsten Episode gar nichts. Und falls ihr dem Daumen noch kein Video nach oben gegeben habt, dann schallert es im Achteck. Ja, also kommentiert, wie es euch gefallen hat. Und, ganz wichtig, denkt an die Glocke. Oh nein, bitte nicht die Glocke. Warum nicht die Glocke? Denkt an die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Guck mal, also die YouTuber, die sagen, aktiviert die Glocke, das sind so diese... Ich bin doch neu. Nee, nee. Ich bin doch noch fresh im Game. Ja, das ist ja auch schön und gut. Aber die, die sagen, aktiviert die Glocke, das sind so die... Gut, dann mach ich am besten mal gar nichts. Deswegen sagt ihr Leuten einfach, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es würde dich freuen, es würde mich auch freuen. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihr jetzt, weil es kommt vieler neuer Content noch von Kai mit anderen vielen Creatern, die auf jeden Fall besser sind als ich. Macht euch keine Sorgen. Okay. Und denkt drin. Ding, dong, ding, dong, ding. Sascha macht mit jedem Video über eine Million Klicks. Der hat doch noch nicht einmal gesagt, aktiviert die Glocke. Noch nicht ein einziges Mal. Ja, aber ich will ja zwei Millionen machen. Einen Tag mit Paluten und natürlich in den Bergen. So, rein da, ne? Let's go! Wir werden ausschreien müssen. Scheiße! Nein, nicht wahr. Ich warte die ganze Zeit. Wir fahren jetzt nicht wieder runter. Das ist nicht wahr. Wir haben einfach... Ich hab drauf gewartet, dass die Tür aufgeht. Wir haben jetzt ein paar Jungen. Wir haben mal einen Glock. Wir werden einen Schatz loswerfen. Wir haben sagen, es wird sehr gut. Wir können das nicht nicht mehr so sagen, Vielen Dank.